da war jetzt in einer ader eisen ohne und gold geil eine diamant dafür sind wir zu hoch für die man wir sind auf 12 obwohl wir sind auf 21 grad ist so tief sind wir gerade so hoch sind wir gar nicht so was wollte ich eigentlich sagen okay durchaus welche finden hinter jeder ecke könnten welche lauern oder und findet eine kiste wo hier drin das passiert natürlich auch mal die schienen maschinerie haha ein fliegt fliegt ein wildes ein wildes fliegt ja so langsam können wir dann echt okay hier ist wasser oben drüber irgendwie das erkenne ich daran dass das an der von der decke tropft was das ganze offensichtlich macht was ich ganz cool finde deswegen mache ich das jetzt mal offen nein ich sehe ein schild aber sie schütt ein namensschild namensschild mein namensschild kannst du sehen und da ist eine kiste und da ist immerhin ein diamant drin und eisen und lapis lazuli und gold und eine eisenspitzhacke sehr schön so ein diamant habe ich schon wieder ich kann schon eine halbe irgendwas bauen geschaufel genau oder ein halbes schwert ich habe noch eine axt mit gott sehr dank ich habe schon gedacht ich hätte keine axte mehr dabei na hier ist aber auch angenehm ich mache da mal zu ne also komplett zu kann nur eine weile dauern die dumm die dumm die dumm die dumm die dumm hallo und es wurde dunkel so war wieder hell und eine pilzarmada keine fackeln mehr so noch fackeln 35 obwohl ich kann mir glaube ich nicht bauen oder habe ich kohle dabei er hat er doch hatte alles dabei so zack wieder fackeln doch eine lore habe ich auch dabei ist super ist noch kohle die man mitnehmen kann bei gelegenheit aber so lange wie die gänge nicht hier ausbauen dann wissen wir auch okay da waren wir zwar schon mal aber da haben wir noch nicht noch nicht alles ja jetzt mal ein ding ist ein creeper achtung hinter dir jetzt ist er auf dem weg zu dir lassen ruhig explodieren ist einfacher dann brauchen wir nicht so viel abbauen ist ein bisschen leichter okay hier geht es auch noch lang hier waren wir auch noch nicht oder bist du hier schon gewesen das ist hier kann mann ich würde sagen jetzt wenn die auskommen war aber hier war wir noch nicht erst der weg nach oben hier ist dunkel und hier geht es mal runter genau weil wir sind ja nur das gelungen wir hatten uns doch so einen schönen weg nach unten gebastelt ja 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 eigentlich die chance größer dass von diamanten jetzt ja hier ging es auch eine treppe runter jetzt gerade also hier ist jetzt auch noch ganz ganz in ordnung also jetzt ich bin hier jetzt auf 14 und ich nehme das läppische lad zu liegen ich war das wollen ist nicht dass wir es brauchen würden oder so ich hatte ihr schon welches aber auch jetzt waren der gang war für den arsch er lässt das eilenore erst mal liegen solch eine verschwendung hier ich mal das eisen nimmt damit wir sind nur noch auf diamanten aus eisen interessiert uns gar nicht mehr genau sitzen andere standards brauchen kein eisen mehr nehmen nur noch diamanten diamanten und gold nachkommen ist ein durchgang die ich gerade gebaut habe praktisch okay den weg hatten wir gerade aber noch nicht gesehen ach guck mal okay hier gibt es noch mal dezent viel weiter holly crapp redstone fuck wie sehr spinns borner es ist noch viel weniger gut hier rechts rein nicht gerade auch gerade auch nicht schlecht aber geradeaus war wir schon mal aber hier ist der letzte mal liegen lassen letzte mal sind wir dann nämlich hier glaube ich hoch jetzt noch mal weiter ach du kacke für redstone skeletto skeletto paletto da geht doch nehmen wir doch du kommst klar ich bin gerade ganz woanders ja ich habe das gefunden was denn jemanden ich habe hier auch kohle gefunden aber hier ist sowas von viel kohle ich war wahrscheinlich schon zu tief für die man nachher tatsächlich hast du schon wir abgebaut gehabt 234 wenn ich schwach 67 ziemlich verarschen ich habe auch welche gefunden 89 ist ein verdammt ist ein verdammter das gerade neun gesagt 9 und scheiß hier geht es in anderen was hast du denn neuen diamanten auf einmal finden hallo das schon nicht verstehen da kannst du mir meinen abgeben wenn du die fragst weil sie bitte 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 dann trösten wir die erst mal gleich wieder aus würde ich ja so jetzt momentan tatsächlich bauret die ruhig erstmal nein 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 ja wieder gleichzeitig sind gleich hier findet gleich so ganz viele ganz viele andere also neun stück auf einmal ist natürlich schon extrem heftig ich bin ich blicke gerade nicht durch wo wir sind ja schon klar noch mal weiter hier geht es auch noch mal weiter ich glaube ich vor ich bin der der vorläuft damit ich die ganzen sachen finde ja gut jetzt jetzt sollte ich dir gerade mal den vortritt lassen ich bin ich gerade wo man am besten lang geht hier war nix bisher hier ist auch nix ich komme gar nicht aus gerade meine güte ist das riesige es ist auch echt nicht mehr normal wie groß das teil hier ist nach hier ist der spinnenspawner wenn ich gerade gefunden hatte und da hinten ist noch ein creeper ich komme wieder zurück das ist mir nicht ganz geheuer gut gehen wir hier lang so lange ein paar nette gänge das wasser ja kommt schon ich habe jetzt keine lust auf wasser kommt schon kommt schon kommt schon ja gold sehr schön hast du noch platz im moment aber ich habe noch kein gold eingesammelt dann sammelt du das eine habe ich weil dann habe ich einen platz mehr frei und bei dieses dann egal momentan ist jetzt gold ist sowieso relativ selten dann reicht das wenn einer den ganzen stack mitnimmt ist noch mehr eisen habe ich auch mal ein die ging ab auch viel eisen holz einsacken ok bist du jetzt ach da ist ja als würde hier das blubbern blubbern ich habe nur eine höhle aber kein blubbern das blubbern kommt von einer anderen seite da hinten ist ein skeletto paletto skeletti paletti hier waren wir schon glaube ich anscheinend irgendwie ja da sind wir gerade lang gelaufen so komm mal mit ich zeige dir meine spawner bist hinter mir ja ich sehe deinen namen lass dir Zeit da vorne ist noch ein skelett in die falle gelockt ok hier meinte ich eigentlich nicht den weg aber ok da ist die lava oh die shit scheiße das skelett spawner ah komm her holy crap da oben drüber direkt ist der skelett spawner was machen die mit dem kloppen die sich da pass mal oben drauf ist siehst du oben höher über uns da ist der spawner den meinte ich zwar nicht den spawner aber der ist auch gut oh kacke ah ich muss ihn mit dem ausschalten so komm guck du mal rein ja warte warte ich kill erstmal das ups das warst du sorry was passiert ein eimer sattel eisen weizen paar fäden und nichts besonderes sonst haben wir die kiste nämlich mit können wir den nicht abbauen ne den kann man nicht abbauen wir lassen den einfach inaktiv erstmal ok das reicht ja erstmal falls es war den nochmal hier ist lazuli läpisches sich selbst aufbauende cobblestone ist auch immer toll wenn der von der lava automatisch erschaffen wird so machen wir das wasser auch nochmal zu komm schon ja geht doch hinter dir pass auf wie siehst du denn aus bei mir jetzt hätte der so eine headcrap auf echt geil ja ich nehme mal das lazuli mit jetzt mal verraten macht hat irgendeinen sinn ich habe 32 lapis lazuli dabei ok ich wiederhole ich habe 44 lapis lazuli dabei ich wollte dir eigentlich den spawner zeigen ne der hatte das zweite da gerade nö den meinte ich nicht ich meinte eigentlich einen spinnen spawner also höhlenspinnen warte ich komm zurück ist gut da war es aber schon noch am richtigen weg ok wie viele zwischengänge es hier gibt ey ist nicht normal vielleicht die übersicht verlieren ne ich habe gerade so hat von die übersicht verloren ok das ist glaube ich der raum den ich meinte ja ist er sehr gut hier ist nämlich ein riesiger raum gerade ne riesig ist jetzt übertrieben und da ist der spawner doch du ja wo aber lustigerweise keiner rauskommt kommt oa vielleicht doch ah ist eine höhenspinne warte wir müssen die mal eben deaktivieren zack so zack weil bei denen stehen ja meistens auch nochmal kisten aber die sind meistens irgendwo so versteckt weil man dann nämlich nicht weiterkommen weil überall spinnenweben sind so wie hier zum beispiel jede menge spinnenweben habe ich doch habe ich noch quasi ein geheimgang in dem aber nix drin ist schade hast du noch platz für schienen ja bestimmt kann ich dir gleich dann mal welche geben bei gelegenheit ja ich muss mir erstmal neue fackeln bauen ja ich habe gar keine kohle mitgenommen bisher ich habe immer nur eisen und so eingesammelt sollte ich vielleicht auch mal lassen und ein paar bisschen kohle mitnehmen ok hier hört der raum der gang plötzlich auf hier geht es runter lustigerweise und hier sind wir mittlerweile auf dem level wo sind wir denn gerade wir sind auf 11 oh wo ist denn hm ich habe hier ein stein weggenommen und das ist auf einmal plötzlich die nächste dann wieder da dann ist es meistens äh silberfische wenn der sich nicht abbauen lässt richtig ja doch nur der ne der ist direkt so nochmal so ein gang da drunter ich habe nur einen stein weggenommen und dann ist das alles zusammengebrochen die ganze konz das ganze konstrukt das ganze konstrukt ja das passiert auch schon mal ok ich mach mal das wasser da oben dicht oh ich weiß nur noch nicht ja jetzt häng ich im spinnennetz fest näher da und jetzt gehts 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 jetzt gehts da kommt habe ich dazu gemacht oder nicht natürlich nicht war ja klar und wo kommt denn das so noch eine mehr ärgerlich jetzt ist zu so jetzt kann man sich hier wieder das immer noch offen das gibt's auch nicht wo setzt sich denn die ganze zeit den koppelstern hin ach das ist über dem eisen ach das ist okay 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 hier ist noch ein gang oh das war jetzt nicht gut crap was jetzt ach ich bin hier oben habe das ding weg gebaut das wasser nur äh ok das hat funktioniert da war noch so ein Übergang es war dann ziemlich weit oben und ich wäre da eigentlich nicht mehr runter gekommen aber da war noch eine Zwischenebene auf die ich springen konnte ach so diamanten der gerade gefunden hat ey das gibt es nicht das ist nicht mehr normal unfassbar ne nur so ein redstone an der einen ecke gewesen darfst du keinem erzählen ey wir teilen doch brüderlich naah diamanten aber bisher auch nicht geteilt also oder bisher gar nicht geteilt von daher ja du nicht siehste ich würde ja sofort jetzt habe ich hier ein paar die kann ich jetzt direkt teilen ja gut jetzt hast du ja genug über ach hier ist obsidian obsidian ich sammle noch ein bisschen redstone was wir damit machen weiß ich noch nicht also wir sind jetzt auch wieder in normalen höhlengängen obsidian baue ich mal ab ne baue mal ruhig welchen ab momentan haben wir erstmal genug aber haben wir noch genug wie viel haben wir denn noch das Portal ist ja fertig ja aber wenn wir jetzt in der Festung einsetzen ja da brauchen wir doch keins ich dachte das wäre jetzt sinnvoll da einen reinzusetzen damit man dann direkt geschützt ist in der Festung ach in der Neta Festung meinst du ja genau so ja das könnte man natürlich machen das ist ja das wir kommen am gleichen Portal ja dann aus da brauchen wir die cobblestone Festung nicht mehr ne ah genau scheiße wir sind immer noch Höhlen spinnen ich habe die doch alle die wir haben den Spanner weggemacht wie sind die noch hier da ist wahrscheinlich irgendwie noch ein anderer Gang ich guck mal eben wo die Ursache für diese ganzen Spinnen und Skelette und Zombies und sowas ist guck du mal ach hier warst du sogar schon hier schon ausgeleuchtet irgendwie so ein bisschen zumindest ein bisschen wir müssten uns gleich mal dann wieder auf den Rückweg machen ne warum nicht irgendwie oder wird es von dir aus dann starten können wir eigentlich machen ah hier ist Gold ich habe jetzt aber keinen Platz mehr im Inventar oder was kann ich denn wegwerfen brauchen wir 24 Keys nö ne hier brauchen wir Sattel Sattel brauchen wir eigentlich auch nicht ne wenn wir kein Schwein haben ich habe ja nur einen ist ja der Witz eben ich habe ja schon einmal einen gefunden so habe ich jetzt auch mal Gold dabei bisschen Gold barren barren ok hier geht es zurück hier geht es weiter das ist aber Dead End die Welt wurde gespeichert sehr schön gut ok Höhlengänge 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 große Höhlengänge ach du Kacke das Geile ist uns das war dass wir uns auf so einer niedrigen Ebene befinden gerade das heißt hier könnte hinter jeder Ecke könnten jemand ah Moment manchmal sogar viele manchmal sogar sehr viele manchmal sogar mehr als das Spiel zulässt ich sag mal ein bisschen Redstone wir haben total viel Redstone ne ich habe jetzt ja da kann man schon eine Menge draus machen ich habe einen kompletten Stack jetzt nur im Inventar also wie viele brauchen wir nochmal von den Obsidian für ein Tor ähm 12 und dann habe ich jetzt Sareizen gleich also man kann auch weniger dafür brauchen wir auch noch nicht mal 12 man kann auch mit weniger ein komplettes Tor machen ich bin übrigens auf dem Weg keine Ahnung wohin ehrlich gesagt gerade ich bin irgendwo her gelaufen und bin jetzt in ein Fackelsystem gekommen aber ich kann mich nicht erinnern da schon mal gewesen zu sein ich komme mal wieder zurück und dann gehen wir da mal vielleicht zusammen hin weil hier war nämlich eigentlich alles dunkel bisher und auf einmal wurde es hell das ist natürlich jetzt sehr merkwürdig gerade vielleicht haben wir dann den anderen Ausgang gefunden dass wir die Dinger jetzt alle verbunden haben wieder das ist natürlich möglich weil so von der ja doch vom Gang wo wir her gelaufen sind könnte das sogar funktionieren ähm wo bist du denn jetzt genau warte mal ich muss die mit dem suchen nimm ich ja da unten bist du ich muss sogar den Weg nach unten finden war der hier war der da wo war der denn jetzt einen Moment bin ich gerade her gelaufen finde ich dich denn jetzt das war nicht gut ich arbeite dran ja da geht's lang ich hab dich schon hab dich schon gefunden ja ich bin hinter dir okay und folge mir mal unauffällig einfach hier runter hüpfen und hier geht's zum einen nochmal hoch oh das ist auch keine Fackeln mehr doch doch hier war ich nur gerade noch nicht okay keine Fackeln mehr und hier geht's auch wieder runter ach du kacke okay das wollte ich dir aber gar nicht zeigen ich wollte nur mal kurz gucken weil nämlich wenn man hier lang geht um die Ecke irgendwo hier hinter sind noch Zombies da ist der Zombie tschüss wenn du Redstone brauchst hier ist noch welcher drin den konnte ich nicht mehr mitnehmen so und wenn wir jetzt hier lang laufen durch diesen schmalen Gang und hier hinkommen dann ist da oben und hier sind dann schon Fackeln auf wundersame Weise sehr gut ich hab nur keine Ahnung welche Höhle welches System das gerade ist gucken ob mir hier irgendwas bekannt vorkommt also hier geht's schon mal nach oben wo bist du gerade? genau hier warte mal was ist da nochmal? das hier sieht also der Cobblestone der ist hier ja nicht ich wollte gerade sagen das sieht noch mehr nach oben aus ja ich glaube ich weiß wo wir sind kann das sein dass wir an dem Haus aus kommen gleich das könnte sein ach guck mal die Treppe ach welche drüber waren da noch? wo kommen wir denn nochmal aus jetzt? jetzt müsste gleich am äh Haus sein bei mir Fackelsystem müsste ja soweit funktionieren ja das ist da vorne schon direkter Aufgang ist das so? tatsächlich juhu ja das wär jetzt geil das ist jetzt cool mal mit einem Sonnenaufgang ach wie schön das heißt wir kommen von hier aus bis dahinten in die Schlucht die dahinter in den Berg liegt boah ist das krass wie übertrieben das alles verbunden ist hier bei uns ist echt nicht mehr normal also das ist schon echt übertrieben ja dann haben wir jetzt auch ich hab mir immerhin wieder einen Diamanten das ist schon mal in etwas ich komm mal zu dir hoch dann gehen wir nochmal gucken die Sonne geht uns gerade unter und nicht auf ach so hm die Nacht beginnt wo bist du gerade? draußen ist es voller Hunde ich bin gerade in meiner Tronenabteilung ach so ich bin nämlich quasi direkt nebenan weil äh wir haben nämlich keine Zeit mehr ja wir sind out of time und da hinten sind ne es ist Spinne das ist natürlich auch ein bisschen doof willst du ja noch etwas aus äh Diamanten bauen das können wir in der nächsten Folge machen ok dafür ist noch Zeit so ich würde sagen äh wir brauchen uns nicht ins Bett legen ist ja unsinnig obwohl doch was wir machen für den Sonnenaufgang genau wobei die Sonne da nicht mehr aufgeht sondern schon da ist ja schade blöd ok geht kein Sonnenaufgang tut mir leid für euch gibt es heute keinen Sonnenaufgang wir haben leider kein Foto für euch so ähm und auch keine Rose das hat sich ja richtig also es hat sich ne wir haben später schon einiges geschafft in der Folge wir haben auf jeden Fall jetzt ein Neta-Portal wir haben ein Neta-Festung gefunden wir bauen uns ein neues Neta-Portal auf der Neta-Seite ähm wir haben übrigens dann noch mehr Neta äh noch mehr Obsidian weil wir die das andere Portal wieder abbauen da ne er nickt stimmt das ist immer eine gute ne immer so ja 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 und so ne 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 ja alles klar ein Haus hab ich immer noch nicht ich muss immer noch in meinem Lagerhaus schlafen auf dem kalten Fußboden oder bei Marzen neben Marzen in seinem kuscheligen äh Brockback Mountainbett ja das äh wir müssen nochmal gucken was wir mit dem Forsthaus machen mit dem Forsthaus mit dem Treibhaus dass wir vielleicht nochmal ein paar andere Sachen anpflanzen aber dafür müssen wir mal ein PC-Dorf finden yeah und der wirft mit Diamanten yeah guck mal dafür ich hätte mich jetzt auch ich hätte mich jetzt auch dafür extra ins Bett gelegt du hättest mit mir machen können ja das weißt du willst ich bezahle vorher im Voraus genau und äh und Quarzblock müssen wir noch abbauen ja gut kann man nicht so lassen richtig ich mach schon mal weiter dieses übliche verabschieden was immer ewig dauert keine Ahnung warum das immer so lange dauert mach nicht die Türen von mir zu wir haben doch jetzt die gehen automatisch ja ich weiß aber warte warte okay eine Sache muss noch gemacht werden die zwei wir haben schon zwei Minuten drüber zwei Minuten lave ich finde schon wieder irgendwie ein shit egal wird die Folge eine Minute länger ist mir auch egal so ach quatsch so jetzt hab ich toll jetzt hast du mir den Quarzblock gegeben danke dafür bitteschön ich hab kein nix mehr im Inventar hier nimm mal achso ok ja nehm ich auf und nimm mal das hier na ich hab der Schwarzpulbe in die Hand gegeben hahaha so jetzt machen wir nämlich noch das das war noch wichtig damit die Beleuchtung auch stimmt ein Träumchen also so sieht's gleich viel besser aus ja guck mal jetzt können wir überall hier an den Ecken und so machen wir immer die ne wir wollten an den Ecken wollten wir die großen Straßenlaternen machen ne wir haben auch noch große ja dann machen wir hier am besten dann machen wir hier noch am besten eine große hier brauchen wir dann gar keine hier können wir vielleicht nochmal gucken ob wir eine machen und dann verteilen wir sie über was wir alles gut ausgeleuchtet haben und äh ja ja dann hören wir jetzt auf auf zu labern und haben wir schon mit unserer Hundearmee die hier so rum besitzt und nur auf den Einen gehorcht auf mich wie sie ihm alle gehorchen guck dich das an man 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 schlimm ja auf jeden Fall ich würde sagen wir sehen uns dann ja in der nächsten Folge die für euch schon morgen kommt für uns erst wahrscheinlich in der Woche oh ich weiß ich weiß er kriegt nicht genug von diesem Spiel das ist schlimm er kriegt einfach nicht genug aber wir sind halt sonst einfach wieder Monate im Voraus und wir können halt dann nicht mehr auf eure Kommentare reagieren falls ihr dann auch Fragen oder so habt natürlich auch immer alles gerne reinschreiben kleistert uns zu ist egal wir äh gucken dass wir auch alles beantworten und so ja auf jeden Fall das und viel mehr ja noch tollere super krasse Megasachen und noch mehr viel mehr verlorene Diamanten in der Lava gibt's dann in der nächsten Folge genau so sieht's aus dann macht's gut bis dahin auf Wiedersehen bis dann ciao ciao ciao